Und wie gesagt, wenn du diese Zeit hast, dann bist du wahrscheinlich gestresst und, naja, es ist halt nicht so praktisch halt. Also ich mach nochmal ein gutes Statement. Ich mag deine Videos, das ist echt gut. Ich wollte nur sagen, ich bin ein begeisterter Zuschauer deiner Videos und wie gesagt, wenn du mal Zeit hast und mal wieder in Ordnung bist, können wir uns ja mal vertreten. Ich bin auch so ein großer Liebküber wie du sein möchte. Ich möchte genauso ein bisschen so ein großer Liebküber sein wie du und möchte auch so ein bisschen Erfolg haben wie du. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir uns mal treffen. Vielleicht kannst du mir auch ein paar Tipps geben für meine Videos. Und naja, wir müssen ja unbedingt einer Meinung sein. Es ist ja auch wichtig, dass wir uns mal treffen. Und es ist mir halt am Herzen. Dieses Video ist extra für dich, Naomi. Und ich bin ein großer begeisterter Fan von dir. Und du bist meine große Inspiration für die Videos, die ich mache. Ich bin halt, wenn du uns so richtig einer Meinung sein, bin da halt ein großer Game of Thrones Fan und Hausaufschritt Dragon und Stereo so auf die... Aber ich bin auch, ich mag dich ganz gerne. Ich hab lieb dich auch. Auch wenn wir vielleicht nie einer Meinung sein werden. Aber ich liebe dich. Und für dich mache ich dieses Video. Ich treffe uns nicht zwar, aber ich bin auf deiner Seite, lieber Naomi. Und ich bezeichne deine Videos und werde dich unterstützen. Für dich mache ich dieses Video. Und ich bin auch, wie du, ein bisschen libertär. Halb zwar in Richtung Gargarien, dass ich auch andere Fans akzeptiere. Und es wird ein kurzes Video jetzt sein. Und ich wünsche dir, lieber Naomi, noch einen schönen, schönen Freitag. Und ich hoffe, ich sehe mir uns bald. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, du abonnierst auch meine Videos und liegst es. Und ich wünsche dir einen schönen, schönen Tag, liebe Naomi. Und ich wünsche euch noch einen anderen Tag bis zum nächsten Video. Tschüss.